Hallo meine Freunde der Fabriken und Willkommen zurück zu Let's Play Crash Bandicoot, die es in Cthulogy, mir ist doch noch der Name eingefallen Und zwar mit dem LN16 Und mit dem DREVENVUSION Ich muss mal das Spiel hier irgendwo liegen lassen, damit ich mal drauf schauen kann Das ist echt Wahnsinn, wieso vergesse ich es immer? Ich will immer irgendwelche anderen Titel sagen Egal, ich weiß es auch nicht, auf jeden Fall grüße ich heute den Kilian Ich grüße dann den Danny Wahrscheinlich eher Danny oder Danny, Danny schätze ich mal mit zwei M Na egal, auf jeden Fall grüße ich auch noch den Roman Und den Tio Alle sind natürlich handverlesen Wegen Roman und Lesen und Buch und so Das hat man nicht gesehen, hast du es gesehen? Davon ist das Levelende gewesen? Ja, ich habe es gesehen Nein, muss genau, ja, ja, schon fast zu spät Oh, da war schon das Levelende Zwei Leben noch, wir müssen das jetzt schaffen, wir müssen das jetzt schaffen Das wird jetzt was, ich sage einfach, das wird jetzt was Und dann wird es auch was Zack, boom, Lenn holt es jetzt Vorsicht, ich verlange Ohne, wir haben keinen Uga-Uga mehr Äh, Akku, Akku, Entschuldigung Okay, Vorsicht, fahr langsam mit dem hoch Wie gesagt, der hier, der fällt hier runter Wow, wieso? Oh Gott, nein Ich bin abgerutscht Ist mir aufgefallen, ja Man muss den Schwung haben, man muss den Schwung haben Der Schwung ist da das Entscheidende Der Schwung ist da das Entscheidende Also im zweiten Fall geht der letzte Versuch übrigens an dich Würde ich dir nur mal mitteilen So krass, wie man die Schlange da mal reinhaut Ich will das nicht Das ist nicht schwer Was sagst du? Du hast es doch schon geschafft Was sagst du? Geschafft haben wir es, wenn wir am Levelende sind Timing ist alles, meine Freunde Timing ist alles Achso, das haben wir schon gehabt, gell, deswegen Nicht nochmal, nicht nochmal die Kacke, ey Nochmal versag ich da jetzt nicht Schluss auf, die sind kürzer Als man denkt Also der nicht, der dahinter Scheiße, Scheiße, Len Nein Alter, ruhig Schon Es reicht, wenn du springst, während es hochfällt Du brauchst diesen Schwung darüber Das ist der eine, der uns noch Nein, uns fehlen zwei noch Oh shit, Vorsicht, da kommt noch mal raus Junge Chill Schlange Sorry Ich pack's gar nicht mehr Vorsicht vor dem Feuer Vorsicht vor dem Feuer Spring Spring Das war mein unmännlichster Schrei des Tages Auf jeden Fall Oh man Nein Was denn Was ist los Ich will das nicht noch Ich will das leider nicht nochmal von vorne machen Das ist los Da musst du relativ weit springen Wenn du bei dem eher kurz springen musst Und bei dem alles nochmal geben musst Was denn Okay, jetzt gibt's nochmal ein Bonus-Level Geil Ach nee, das ist Achso, dann müssen wir nochmal durch das Ding da durch Ja gut Ohlala Ohlala, schöne Frau 112 Was? Ja, wahrscheinlich gab's in diesem Kristall-Level oder was weiß ich was Da gab's wahrscheinlich nochmal einige Okay Ich weiß nicht, ob's nicht mit erwischt hätte Wenn du auf dem äußersten gestanden hast Ich glaube, der geht nur zwei weit Aber sicher bin ich mir da auch nicht Das ist gerade zwei Wumperfrüchte Wumpern gegangen Aber das war denn ein Wumper Ich lebe noch Dafür hast du unseren Akku-Akku gerade verhauen Ja und? Ja, den hätten wir vielleicht im Bonus Äh, da am Ende Ja, obwohl wir haben drei Leben bekommen Das ist gut Drei Leben sind gut Drei Leben sind gut Ah, das ist beruhigend Drei Leben, das beruhigt mich sehr 112 Kisten 112 Kisten Also ich glaube, das ist auch Da kann man auch sehr lange dran sitzen hier So nah und doch so fern Okay Die gehen nacheinander weg Das ist, glaube ich, immer der gleiche Rhythmus, oder? Ja, ist schade Immer der gleiche Rhythmus Der gleiche gute Rhythmus Aber ich mag den Rhythmus Oh Gott, das wird jetzt ewig Das wird jetzt ewig, meinst du? Achso, die ganze Oh Gott, ey Ich will es irgendwann schneller Ah, es wird schneller, es wird schneller Ah, du kannst Du kannst auch mit der langsame Der arme Crash, ey Oh nee, ey Oh Gott, oh Gott Das kann man ja gar nicht mit anschauen Oh Gott, der arme Kerl 62 Oh Gott, nee Uiuiui So, jetzt kommt schon das letzte Level Ich weiß gar nicht Ob jetzt schon das große Finale kommt Gegen Dr. Neo Cortex wird es wahrscheinlich gehen Oder gegen diesen anderen Kerl Der uns damit noch reingeschmissen hat am Anfang Ah, nee Da kommen noch ein paar Level Da kommen noch ein paar Level Castle Machinery Ab in die Castle Mit dem Len Len, unser Castle Mensch Uiuiui Castle Machinery Okay Links ist Zeug Oder kommen wir nicht hin Da bauen wir wieder einen grünen Stein Oder sowas Ja, so nah und auch so fern Len sie weg So, unsere Verhördroiden Was? Egal Ja, da hätte es gerade durchlaufen müssen Ich glaube man kriegt sie auf andere Weise nicht weg Ja doch, da kommt man Da kommt man relativ entspannt da unten durch Das hier ist nicht so entspannt Das ist auch mal entspannt Alles entspannt Len sagt es entspannt Alles entspannt Alles entspannt beim Len Len ist richtig gechillt gerade Ja Alles gut Okay Wir kommen wieder weiter nach oben Das ist gut Ja, ich glaube wir wären nicht gegrillt worden Selbst wenn Da wären wir definitiv gegrillt worden Okay Oh, wie gemein Wie gemein Komm, du schaffst den Sprung rüber Wuuu Ah, dass man es da nicht rüber schafft Schade Ich dachte, man könnte halt bei dem anderen Level da ein bisschen abkürzen Weißt du, was ich meine? Das hätte ja natürlich noch sein können Aber Das war leider nicht der Fall Oh, schade Ja, die fliegen nicht gescheit Ah Lenk mich ab, du blödes Ding Na gut, das hier ist halt noch Jetzt im Vergleich, was wir sonst hier so hinlegen mussten Ist das hier halt echt noch Kinderspielplatz Pipifax, Kinderspielplatz Muss halt nur früh von den Teilen runter Ja, sobald man die anderen Dinge halt sieht Ja Wirklich, wirklich Ah Aber kann man, wieso kann man eigentlich nicht weiter nach Hier kann man komischerweise nicht nach links rüber springen Also schaut da Ist nämlich noch ein Level Da kommt man nicht hinspringen So geht das nicht Aber man fällt eigentlich gar nicht so weit runter Na gut Das ist natürlich alles Wenn man fällt, dann geht alles natürlich schneller Dann zieht das Leben an uns vorbei Aber es ist trotzdem irgendwie nochmal entspannter Irgendwie für die jetzt zum letzten Level Alter, da ist jetzt noch nichts uns entgegengeworfen worden Wo wir sagen würden Okay Richtig gemein Aber man kann es auch mal schlecht abschätzen, wie lang die Level sind Weil Ein Bonuslevel kann halt einfach mal 30 beinhalten Und mein, sowas, was ich da gerade geliefert habe, das war einfach nur dumm Muss ich sagen Nächste war 27 Kisten Okay, das ist relativ klein an das Level Spring Okay, diesmal wissen wir, dass wir sie weghauen müssen Akku, Akku kann man glaube ich auch weghauen Trotzdem Und Sprung Ja, ein bisschen verzögert habe ich das gesagt, aber Oh, nein Nein, wir gehen ja nicht in der Mitte durch Wenn man fällt da auf eine Ja, genau Ah, genau, den kommt man so vorbei Dann müssen wir jetzt schon wieder runter Ich weiß es nicht Damit das Level länger dauert und gemeiner wird Nehme ich mal an Oh, schön macht der Lenders Schön, ein Checkpoint Geile Sache Das war gar nicht, wie viel Leben wir noch haben Ob sich das überhaupt gelohnt hat mit dem Checkpoint Aber Checkpoint ist Checkpoint Ja, da wären wir definitiv geröstet worden Oh Jetzt was heißt Rechts drüber springen Gut gemacht Aber da muss man schnell drüber laufen Oh Da lang Ja, das Da habe ich jetzt auch gepennt, bis ich das gesehen habe Schön, aber dafür kriegen wir ja den Akku, Akku gleich wieder zurück Dann ist ja alles gut Und neben dazu Und neben dazu Ja, wunderbar Wunderbar Was? Ah, da kann man nicht draufspringen Vorsicht, da kommt auch noch Und so Da zischt es auch ganz schön Eins Uh, Len Len, 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 Len Äh, ja Spiel da runterfallen lassen Glaube, ich glaube runterfallen, ja Oh Aber diesmal fallen wir wenigstens wo drauf, wo es mir auch gefällt Ja Schönes Timing vom Len an der Stelle Voll sagt, fliegt man nach oben Ich weiß nicht, ob man nach oben fliegen soll oder nicht Ich probier's mal Hm, ich glaub ihr Ja, doch, das war gut Wo kommt man da hin, ist die Frage Ah, ne Sind nur Wumba-Wumba-Früchte, die man hier bekommt Wir singen Wumba-Wumba-Wumba Hey, oh Oh Jetzt aber Jetzt meint es aber gut mit uns Einmal Schönes Leben Geile Sache Okay Da ist Eis gekühlt Der Pummelunda Pummelunda ist gekühlt Äh, ja Kommt ja nicht hoch Ich glaube, das ist so scheiße Da solltest du auf jeden Fall nicht drauf Das kommt mit Ankündigung, dass man da besser nicht drauf springen sollte Okay Ja, es ist Irgendwie macht der Len das heute Irgendwie hat er das heute drauf Erstmal vorsichtig springen Man weiß ja nie, wo man landet Schön, Len holt sie alle Keine Frucht wird zurückgelassen Ganz andere Sache Ah, da kommst du hoch Ich war mir nicht sicher, ob es reißt Ich hab's noch nicht gedrückt gelassen So, jetzt wissen wir, dass wir die wegschleudern sollen Zweifel, oder? Ja Da sind wir vorhin hochgefahren Ja Immerhin machen wir Fortschritt Wir kommen der Sache näher Und wir sind sogar am nächsten Checkpoint schon Super Sache, was der Len hier schon wieder leistet heute Ein Level nach dem anderen zieht der Len hier durch Ich bin hellauf begeistert Oder auch dunkel auf Egal, ich bin begeistert Ja, da weiß man wieder nicht, wo man landet Ah, hier landet man Durch, genau Da, glaub ich, muss man sich einfach gefallen lassen Ich sehe Hm, Risiko oder nicht Risiko? Nein, kein Risiko Wir gehen kein Risiko Wir gehen einfach nur rüber Ich weiß immerhin, wo die ganzen anderen Münzen Äh, die ganzen anderen Leben abgegeben Aber das sind die ganzen Kisten? Ja, ja Genau Wir haben schon fast alle Das Level ist nicht mehr lange Das Level ist definitiv nicht mehr lange Na, ihr Süßen Oh, da geht's natürlich um Timing Da geht's auch nochmal um Timing Da geht's vor allem nach oben Kommt wieder was gemeines Ja Ja, so halb gemein Vorher ist das links Einer, den siehst du glaube ich Dreh 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 Okay, okay Ich guck mal, wir sind jetzt schon ungefähr beim letzten Checksmann gewesen Obwohl, wir laufen gar nicht falsche Richtung Ich glaube, es ist eigentlich Oh, mir hier nicht schon mal Schaut überall so ähnlich aus Schön Nein Nein, nicht der letzte Nein Das war bitter Wo willst du hin? Achso, wir müssen rechts weiter Okay Ich komme gerade nicht weiter Nein, mein Freund 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 Wir gehen hier schön an dir vorbei So Da gehen wir kein Risiko ein Haben wir gesagt Wobei? Kurz überlegt gehabt Also, wenn wir noch Ganz wenige Leben haben Können wir theoretisch dann Obwohl, wir haben ja noch ganz wenige Leben Wir haben drei Leben Okay, ja, dann sag ich jetzt vielleicht Nicht unbedingt riskieren Da kam irgendwo ein Dreher, gell? Oh, der ist schnell da oben Schnell am Start Nicht schnell genug Da habe ich gerade noch ein bisschen ausgedreht Das war das Problem Und da ist der Lenn draufgegangen Irgendwo hier Wie gehen die immer abwechselnd, oder? Muss man mal zwei weiterspringen Sehe ich das richtig? Ey, ich habe keine Ahnung Das ist zum dritten Ich check's nicht Eins, zwei, drei Ja, und dann weiter Eins, zwei, drei Das check ich, aber dann weiter Warte Das check ich nicht Drei, drei, drei Ja, ja Auf dem dritten stehen bleiben Ist es bei denen immer so gewesen? Ja Ist es bei denen jetzt hier Okay Okay, okay, okay Okay Was denn? Nix Alles gut Begeistert Ich bin begeistert, was wir hier tun Dass wir keinen Uka-Uka kriegen, obwohl wir jetzt schon wieder so oft gestorben sind Was willst du? Junge, den hast du mehr als spät Den hast du nicht gesehen Das kannst du mir nicht erzählen Der hat so spät gedreht Zuck dir jedes Mal zusammen, wenn der Lenny so spät dreht Das macht meine Nerven auf Dauer nicht mit Meine auch nicht Dann führe ich immer so Wenn ich immer was sage Okay Ich sag nichts mehr Ah, es sind immer drei Okay Und der eine Ja, okay, ja gut Okay, dann verstehe ich's Oh nein Oh nein Oh Gott, nein Oh, oh, oh Oben drüber Auf den drauf Und dann nochmal dahin Und dann hat der Lenny Ich auch echt verdientes Level abzuschließen Wolltest du nicht nochmal runterspringen? Nein, nein, nein Das muss nicht nochmal sein Nee Okay Au, 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 au Zehn Da musste ja gar nicht mal so viel leiden Unser crashiger Freund Unser crashiger Freund Unser crashiger Freund Ah, boah Nerven, nerven, nerven Aber wir haben genau ein weiteres Level geschafft Wir ernähren uns dem Finale Und das war wieder eins von denen Eher machbaren Fand ich So, zwei Level noch Dr. Nitro ist im Brio Oh, den machen wir im nächsten Part Würde ich sagen, oder? Jawoll Jetzt haben wir hier nicht mehr Nebare Zeit umgegen, die macht mit euch sein Servus Nun hast du vier Möglichkeiten Wie du weitermachen kannst Klickst du links oben auf das Bild Kommst du zum nächsten Video Dieses Projektes Links unten kommst du zur Playlist Wo du alle Videos des Projektes Noch mal in der Übersicht findest Rechts oben kannst du meinen Kanal abonnieren Und rechts unten siehst du Den Kanal von meinen Mitspieler Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit Und möge die Macht mit dir sein Servus